licht in ihrer wohnung licht an der wand individuelle lichtgestaltung wo geht die kamera hin da bin ich warte ich bin doch mobil so licht an der wand lichtmobile gestaltung so sieht die zukunft aus in ihrem zuhause zumindest finden wir das so wir haben nämlich für sie lichtpanels schauen sie mal wir haben aber zuerst das weiße lichtpanel ein weißes lichtpanel so könnte bei ihnen zu hause das neue wohnzimmer aussehen schön an die wand oder im tisch eingelassen schauen sie mal hier wie wir es hingestellt haben wie wir es gestaltet haben das könnte ihr so ihr neues zuhause sein schauen sie mal die liebe caroline hat nämlich sich ein paar ideen einfallen lassen wo man in unsere lichtpanels überall verarbeiten kann oder ja wir haben ja heutzutage auch einfach den wunsch nicht mehr so ein licht pensum zu haben einfach eine lampe ganz langweilig im wohnzimmer hängen zu haben sondern wollen meist indirektes licht haben und dieses indirekte licht das kriegen wir durch diese led panels genau das von nunatec genau die wir nämlich auch an wände natürlich anbringen können wie man das hier hinten sieht schön als hintergrund mit kerzen oder wir können das natürlich auch an regale befestigen also wenn sie sich das vielleicht vorstellen es gibt ja auch so manche regale die ja so quadratisch sind ich möchte jetzt die herstellung firma nicht nennen aber da passt das ding glaube ich sehr gut rein genau richtig und kann dadurch auch indirekt das regal beleuchten beziehungsweise die gegenstände die davor dann im regal liegen ist ein highlight für jedes für jeden raum ist wirklich eine stil richtige ein beleuchtung und einleuchte zum beispiel eben halt jetzt gerade so direkt das ist ja eine direkte einleuchte direkt so an die wand gehauen aber wenn sie zum beispiel hinter hinter einem regal machen wollen oder hinter einem schrank oder sie haben die vitrine und sie setzt das in die vitrine rein ja wo man dann die fenster zu macht beziehungsweise die türen zu machen das läuft so schön raus es kann man ja auch einstellen von der helligkeit wir sind ja nicht immer voll hell wie wir es gerade gesehen haben wir können ja auch von der helligkeit vom panel wenn man das weiße panel man nehmen war okay ich höre gerade wir können genau okay die batterie okay schön hat sich damit auch schon ganz individuell mit der helligkeit das sind 30 zentimeter mal 30 zentimeter ein quadrat dass sie natürlich ganz einfach wir haben es mal vorbereitet an die wand hängen können wir haben da auch im karton wenn er zu ihnen nach hause kommt haben sie eine halterung für die wand so können sie das einfach und bequem an die herwand dran montieren ich glaube schrauben kann man zwar kann es sogar mit nägel montieren dann kann man es dann mal an die wand hängen und ein panel ist ja schön aber mit mehreren panels die man vielleicht so zwei oder drei die man so parallel nebeneinander hängt das sieht bestimmt ganz schön aus oder so ein absatz das heißt also mit ein bisschen platz dazwischen oder so ein bisschen ich meine da hat man ja wirklich spielmöglichkeiten für mich ist es ja besonders wichtig ich möchte immer strom sparen ich glaube ich glaube da bist du nicht die einzige die heutzutage strom sparen möchte ich habe zb in meiner wohnung nur energiesparlampen und wenn ich sowas führe dann denke ich immer gleich oh je oh je das ist alles viel zu teuer im nachhinein aber wir haben hier einen ganz geringen verbrauch von 7 watt das ist eine energieeffizienz klasse a das ist gut das kennen sie eine energieeffizienz klasse wenn sie einen trockner kaufen gehen und eine waschmaschine da achtet man dann schon darauf dass der a steht minimum b und c das kauft man schon gar nicht mehr weil das zieht wirklich an ihrer preisschraube nach oben und da zahlen sie einiges und diese wunderbaren panels hier 7 watt verbrauch ist echt nix das ist glaube ich in flachbildfernseher 3 watt also schauen sie mal und das ist wirklich schon schon eine gute gute sache die sie zu hause aufhängen können und auch einfach anschalten ausschalten können benutzen können so lange laufen lassen können wie sie wollen weil es verbraucht sie nix vor allem wir haben hier auch eine lebenszahl von 30.000 30.000 stunden das muss man sich über belegen wie lang das ist das ist ein leben lang nicht aber ist schon eine mängel damit kommen wir ein paar viele jahre aus und wir haben von der lumenzahl sollten sich da auskennen 400 bis 500 lumen also das ist die helligkeit beziehungsweise die farbe weiß das reicht vollkommen aus und vor allem obwohl die energie sparen sind brauchen sie nämlich nicht eine gewisse anlaufzeit um 60 prozent des lichtstroms zu erreichen sondern es wird sofort hell man kennt das ja vielleicht ist meine meine mutter hat das mal eine eingangshalle so eine energiesparlampe das weiße panel jetzt und wenn sie das angemacht hat dann hat das immer ewig gedauert bis man irgendwas sehen konnte ja robust ist auch noch es kann ihnen sogar hinfallen und es geht nicht kaputt jetzt haben wir das weiße pendel vorgestellt das ist das weiße panel und es kommt mit einer na so es kommt mit der bestellnummer hast du die bestellnummer für uns ja die bestellnummer ist nc 6780 569 und der preis liegt unter 55 euro unter 55 euro die deko led panel 30 x 30 warm weiß highlight für jeden raum und wir wechseln nämlich dann auch von der weißen deko panel zum farbigen das habe ich noch ausgeschaltet weil ich noch nicht den effekt verraten wollte ich werde das jetzt hier einfach mal einschalten damit sie sehen was denn hier gleich sie schauen sie mal schauen sie mal hier schauen sie mal alles es ist nämlich nicht weiß ich mag das mal hier aus so klick das mal weg damit sie da gar nicht mehr irritiert so also wir haben hier einen automatischen farbwechsel oder aber auch dass man auf eine einzelne farbe sich der kann nämlich alle farben darstellen ja oder man legt sich auf eine farbe fest wenn man sich jetzt mal vorstellt mir ist auch gerade eingefallen stellen wir vor man nimmt so fünf oder sehen wir mal vier in quadratischer form als rechteck nebeneinander ja und dann stellt man zum beispiel auf blau ein oder auf rot und dann hängt man vielleicht darüber noch so eine schöne so eine schöne gardine die dann indirekt beleuchtet wird ist ja auch ein effekt wenn man in den raum reinkommt die garnine leuchtet in einer gewissen farbe ich finde das gar nicht schlecht ich würde ihn auch in den tisch einlassen wenn ich könnte wenn ich schreinerische fähigkeiten hätte würde ich ihn sogar in einen tisch einlassen stellen sich vor sie haben einen tisch zu hause und sie lassen ihn da ein oder in der wand einlassen direkt also zum beispiel wenn du tisch sagst ich meine man kann sich ja auch vorstellen ein glastisch und unter dem glas vielleicht noch so ein regal auf die fläche und da legt man dann diese vier oder auch nur zwei der panels hin und die werden dann beleuchtet wird der tisch von unten beleuchtet ich finde es eine schöne sache und wenn wir uns das mal angucken das hat sein maß von 298 x 298 millimeter und es ist nur 13 millimeter dick sehen sie das hier 13 millimeter es geht also wirklich richtig flach an die wand oder halt auch flach wenn sie es einbauen wollen und die halterung kommt ja hier auch dabei mit wie bei dem weißen panel es ist leicht an die wand zu montieren und wir haben ja auch wie sie auch gleich das datenblatt eingeblendet noch einmal dann können sie sich auf die ganzen daten noch mal alles auf einmal ansehen und ich sag ihnen auch schon bei die bestellen immer von unserem lunatec deco panel led farbe das ist die nc 6 7 7 9 5 6 9 farb wechsler bis zu 30 stunden lebensdauer das ist schon viel das ist schon kräftige farben dimmbar und sofort hell und die zünd 30.000 stunden 30.000 stunden habe ich gesagt 30 stunden 30 stunden wäre das weniger ich mach mal ganz kurz aus hier ich will das auch noch mal zeigen mit der fernbedienung ist das auch der wahnsinn ich meine wenn man sich wirklich vorstellt dass wir da vielleicht einen weißen umhang davor stehen haben dann liegt man so auf dem sofa wie auf der liege sowie jetzt gerade und dann hat man vielleicht so eine stimmung auch mensch jede farbe ist nun mal eine stimmung und da streichen jetzt möchte ich jetzt gerade ein bisschen rot haben ja die schöne romantischen momente vielleicht blau ist ja auch ein bisschen erfrischender vielleicht kommt da gerade ist du kommt da gerade besuch man möchte was trinken man sitzt zusammen ich meine das kann alles bequem von der fernbedienung aus man muss nicht jetzt da hingehen und das einstellen sondern einfach vom sofa aus die fernbedienung einschalten man kann es sogar dimmen das finde ich besonders wichtig das mache ich mal gerade warte ich bin das mal gerade hier ist blau runter weil man sich vorstellen möchte jetzt vielleicht doch gerade wirklich beleuchtung haben man möchte jetzt gerade etwas sehen zum beispiel wenn ich ja auf dem sofa etwas esse manche sehe ich gar nichts mehr und richtig ins gesicht oder man möchte wirklich nur ganz ganz zartes licht haben um zum beispiel einen film zu gucken aber doch nicht komplett im dunkeln zu sitzen und das ist mit diesem panel möglich in verschiedenen farben wechselnd oder auf einer einzelnen farbe festgelegt und was nun mal dimmbar ist das ist ich finde es schön kann es wirklich die ganzen farben du kannst die mit der fernbedienung es kommt eben mit einer fernbedienung du kannst die ganzen farben die auswählen du kannst die verschiedenen farb wechsler modus die aussuchen du kannst du wirklich an deinem sofa sitzen gegenüber deiner die deinem panel und kannst wirklich hey viel grün viel blau haben und ich mal ein farb wechsel modus ein bisschen disco modus kann ich ja auch machen wenn ich schnell die farbe hinterher laufen lassen möchte oder wenn ich eine party zu hause habe zum beispiel ein paar gäste das ist echt ein toller effekt finde ich und für unter 58 beziehungsweise unter 60 euro könnte dass sie nach hause kommen ich würde mich freuen wenn sie es hätten bis bald ich auch